Arena Audio präsentiert Ferien, Ferien, nichts zu tun An jenem warmen Sommertag im Juli hockten zwei Tauben auf der goldenen Brezel des Brezelhauses und ließen sich die Sonne auf die Federn scheinen. Für alle, die sie nicht kannten, sahen sie wie zwei ganz gewöhnliche Stadttauben aus. Die eine hatte braune Federn wie Schokoraspeln und die andere war so weiß wie Mehl. Nein, man sah den beiden wirklich nicht an, dass sie im Hinterhof des Brezelhauses gemeinsam mit der kleinen Dame schon manches Abenteuer erlebt hatten. Und nun hockten die Tauben auf dem Rand der Brezel und beobachteten durch ihre halb geschlossenen runden Taubenaugen den Mann, der den Gehweg fegte. Ein Kronkorken klimperte unter dem Besen, in den Borsten klebte ein altes Kaugummi. Aber mit solchen Kinkerlitzchen hielt Herr Leberwurst sich nicht auf. Der Hausmeister des Brezelhauses fegte zwei links, zwei rechts direkt auf den Bordstein zu. Er wollte seinen Besen gerade tüchtig ausklopfen, da versperrte ihm eine Schmur den Weg. Sie war straff zwischen zwei Stühlen aufgespannt und ein Pappschild hing daran. Bitte freihalten, las Herr Leberwurst. Familie Bär. Leberwurst kratzte sich hinter dem Ohr. Freihalten? Der Hausmeister sah zu dem rechten Stuhl. Er war leer. Er sah zu dem linken. Er war genauso leer. Herr Leberwurst schüttelte den Kopf unverantwortlich, knurrte er. Lassen Ihre Stühle hier einfach unbewacht stehen. Das konnte Herr Leberwurst nicht dulden. Schimpfend schlurfte er zu dem rechten Stuhl, streckte den Po so weit nach hinten, dass der Stoff seiner Hose krachte und setzte sich mit einem Echzer hin. Während Herr Leberwurst vor dem Brezelhaus die Stühle bewachte, läutete in Lillys Klassenzimmer wie jeden Tag um eins die Schulglocke. Aber an diesem Tag war es nicht das gewöhnliche Läuten zum Ende des Schultags. Es war auch keine Übung zum Feueralarm, nein. An diesem Tag war es ein ganz besonderes Läuten, das die Mädchen und Jungen der Klasse 3D von ihren Stühlen springen ließ, als hätten sie allesamt Sprungfedern unter den Füßen. Denn mit diesem Läuten begannen die großen Ferien. Gemeinsam mit den anderen lief Lilli aus dem Klassenzimmer mitten in die Ferien hinein. Ferien, Ferien, nichts zu tun, sang sie das Lied weiter, das sie zum Abschluss gesungen hatten. Ferien, um mal auszuruhen. Schon morgen wollte sie mit der kleinen Dame und Chaka, dem tausendjährigen Chamäleon, mit Mama und Papa, mit Karlchen und Jakob auf große Reise gehen. Auf Salafari, wie die kleine Dame sagte. Lilli hielt es vor Aufregung kaum aus und flitzte über den Schulhof. Nur wenige Meter hinter dem Schultor entdeckte sie den himmelblauen Kombi, den Papa für die Ferien geliehen hatte. Oben auf dem Dachgepäckträger waren zwei große und zwei kleine Fahrräder befestigt. Komisch, dachte Lilli noch, als sie die Tür öffnete. Was wollte Papa denn mit den Rädern? Es sind Ferien, begrüßte sie ihn strahlend. Herr Bär drehte sich zu ihr um. Zeit für Abenteuer. Lilli schnallte sich an. Fährst du deshalb unsere Räder spazieren? Herr Bär zwinkerte ihr im Rückspiegel zu. Das ist eine Überraschung, sagte er und fuhr los. Lilli hatte versprochen, sofort nach der Schule in den geheimen Teil des Hinterhofs zu kommen. Sie wollte der kleinen Dame beim Packen für die Salafari helfen. Aber vorher mussten sie Karlchen und Mama einsammeln. Und nun trödelte Papa vor dem Kindergarten herum, als hätten sie alle Zeit der Welt. Lilli wusste echt nicht, was er so lange mit Jakobs Mutter zu besprechen hatte. Es war doch alles geklärt. Jakob, Karlchens allerbester Kindergartenfreund, würde mit ihnen nach Schweden kommen. Seine Oma verlief sich neuerdings in ihrem eigenen Haus. Und an manchen Nachmittagen, wenn Jakob sie besuchen kam, wusste sie nicht mehr, dass Jakob ihr Enkelsohn war. Es ist ziemlich traurig, wenn einen die eigene Oma nicht mehr erkennt. Und weil Jakobs Eltern nun auf die Oma aufpassen mussten, konnten sie keinen Urlaub machen. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, verabschiedete Papa sich und kam mit Karlchen zum Wagen. Karlchen kletterte herein. Jakobs Mama sagt, dass sie Jakob ein Geschenk für mich mitgibt. Das wunderte Lilli nicht. Schließlich hatte Karlchen auf der Reise Geburtstag. Papa setzte sich hinters Steuer und ließ den Motor an. Auf zur Backstube! Karlchen wippte mit den Füßen. Willkomme ich auch eine Torte, Papa? Bestimmt. Und Kerzen und eine Gelande und Luftballons wie zu Hause? fragte Karlchen weiter. Und Wind und Sommersprossen und Würstchen über dem Lagerfeuer, versprach Papa. Ich hätte auch gerne in den Ferien Geburtstag, seufzte Lilli. Hast du aber nicht, quiekte Karlchen. Aber ich werde sechs und nach den Ferien komme ich in die Schule. Pah, ich komme schon in die vierte, schnippte Lilli. Das musste einfach mal gesagt werden. Und außerdem weiß ich das, setzte Lilli an und biss sich in letzter Sekunde auf die Zunge. Beinahe hätte sie die feine Überraschung ausgeplaudert, die sie gemeinsam mit der kleinen Dame für Karlchen vorbereitet hatte. Was weißt du? hakte Karlchen nach. Oh, gar nichts. Lilli schüttelte den Kopf. Dabei wurde sie schon ganz kribbelig, wenn sie nur daran dachte, was sie und die kleine Dame sich überlegt hatten. Bitte, 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 Lilli, sag's doch. Dann bist du auch meine allerliebste Kumpelin. Lilli grinste. Nein, Karlchen beugte sich zu ihrer großen Schwester. Dann kitzle ich dich durch. In diesem Moment hielt Herr Bär vor der Backstube. Wollt ihr im Auto bleiben oder kommt ihr mit? Mit rein, riefen Lilli und Karlchen im Chor. Vielleicht steckte ihnen Frau Schnachsel, Mamas Kollegin, wieder eines dieser köstlichen Erdbeertörtchen zu oder sie durften die Reste der Schokoknusper-Ecken naschen. Mit einem sehr zufriedenen Blick auf die blitzenden Räder schritt Herr Bär auf die Bäckerei zu. In den vergangenen Wochen hatte er einige Extraschichten eingelegt, um seine Überraschung vorzubereiten. Und nun waren alle Räder fit für die große Schweden-Rad-Tour. Frau Bär ahnte ja nichts von ihrem Glück. Aus der offenen Ladentür wehte ihnen der Duft von Waldmeister und Zitrone entgegen und im Fenster prunkte die Wolkentorte, die Frau Bär am Vorabend aus 100 Eiweißen und weißer Schokolade zubereitet hatte. Lilli und Karlchen bestaunten die prächtige Torte. Da kamen Mama und Frau Schnachsel aus der Backstube. Papa hat eine Überraschung für dich, sagte Lilli. Also ich, ähm, begann Herr Bär lächelnd. Was hat Frau Schnachsel da am Arm, Mama, fiel ihm Karlchen ins Wort. Und da sah Lilli es auch. Frau Schnachsels Arm war genauso weiß wie die Wolkentorte. Sie hatte einen Gipsarm. Mama machte ein ganz unglückliches Gesicht. Ach, Frau Schnachsel hat sich den Arm gebrochen. Wie ist denn das passiert? entfuhr es Herrn Bär. Tut es sehr weh? fragte Karlchen mitfühlend. Frau Schnachsel nickte. Auf dem Weg zur Backstube bin ich vom Fahrrad gefallen. Sie hob den gebrochenen Arm. Herr Bär wurde ein wenig blass um die Nase. Soll ich dir eine Blume draufmalen? bot Karlchen an. Doch Lilli sah zu ihrer Mutter, die leise murmelnd vor dem Schaufenster auf- und abging. Mit einer Hand kann sie keinen Zucker wiegen und nein, unmöglich kein Ei aufschlagen, keinen Teig kneten und keine Plätzchen einpacken. Frau Bär blieb stehen und schüttelte den Kopf. Es geht einfach nicht, sagte sie laut. Egal wie ich es drehe und wende, ich kann nicht fahren. Aber Mama, rief Lilli, wir müssen fahren. Die kleine Dame hat alles für unsere Salafari vorbereitet. Mein schöner Geburtstag, fing Karlchen an zu weinen. Mama nahm sie in den Arm. Den können wir auch zu Hause feiern. Ich will aber einen Feriengeburtstag, in echt, schniefte Karlchen. Mit Wind und Sonne und Sommersprossen, genau wie Papa es versprochen hat. Herr Bär legte seine Stirn in tiefe Falten. Es wird doch bestimmt eine andere Lösung geben. Ich fürchte, nein, antwortete Mama. Herr Bär warf einen wehmütigen Blick auf die Räder. Unsere schöne Radtour. Nun aber, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sechs Füße hat die Ameise. Die kleine Dame kniete auf der großen Wiese neben der alten Weide und presste ihr Ohr ganz fest auf die Erde. Sie hatte ihren feinen Tropenhelmen abgesetzt und auf die Picknickdecke zu der Teekanne und den Keksen gelegt. Nun hielt sie die Luft an, um auch nicht das allerleiseste Geräusch zu verpassen. Neben ihr strich ein grüner Schwanz durch das Gras. »Scht«, machte die kleine Dame, »Tschakka, wie soll ich bei diesem Getöse hören, ob die nächste Ameise barfuß oder in Gummistiefeln kommt?« Das Chamäleon der kleinen Dame ließ seine Augen kreisen, dann hielt es den Schwanz still. Die kleine Dame lauschte weiter. »Oh, da kam doch etwas.« Die kleine Dame konnte die Schritte deutlich hören. Es musste eine sehr stattliche Ameise sein. Oder war es womöglich ein Riesenkäfer? Die kleine Dame blinzelte Tschakka zu. »Da kommt etwas«, flüsterte sie. »Ein richtiges Prachtexemplar von einem Koleoptera.« Das Chamäleon tauchte aus dem hohen Gras auf und blickte sich um. Schnell schrieb seine lange Zunge etwas in die Luft. »Wie«, wunderte sich die kleine Dame. »Kein Koleoptera?« Mit seinem Schwanz wies Tschakka in Richtung des Zelts, das unter den herabhängenden Zweigen der alten Weide fast ganz verborgen war. In diesem Moment teilte sich der grüne Vorhang. Lilly sah auf den Bildschirm ihrer Kamera. Vor ihr im Gras hockten die kleine Dame in ihrem hellen Safari-Kostüm und Tschakka. »Klick«, hatte Lilly ein Bild gemacht und kam auf sie zu. »Hier seid ihr. Ich habe euch schon überall im Hof gesucht.« »Lilly«, staunte die kleine Dame. »Und ich dachte, du wärst ein Megakoleoptera.« Lilly setzte sich zu der kleinen Dame ins Gras. »Ein Riesenklopsera?«, fragte sie und sah sich neugierig um. »Kann ich den fotografieren?« »Hier im Hof des Brezelhauses gibt es wohl keine Megakoleoptera mehr«, sagte die kleine Dame mit blitzenden Augen. »Aber auf unserer Salafari kannst du bestimmt welche tofografieren.« »Ja, seit Lilly die kleine Dame kannte, tofografierte sie die wunderbarsten Dinge.« »Weißt du noch, wie ich dich das erste Mal fotografiert habe und Tschakka dich unsichtbar gemacht hat?«, fragte Lilly. »Dabei wollte ich nur ein bisschen chameleonisieren«, erinnerte sich die kleine Dame und warf Tschakka einen Blick zu. »Aber dieses Chameleon hat eben seinen eigenen Kopf.« Tschakka klimperte mit seinen runden Augen, als hätte er nicht die leiseste Ahnung, wovon die kleine Dame sprach. Die kleine Dame nahm ihr Notizbuch und den silbernen Bleistift von der Decke. »Trotzdem habe ich Lilly zuerst gehört, also einen Punkt für mich.« Sie malte einen schönen, runden Punkt in ihr Buch. Lilly sah ihr neugierig über die Schulter. »Was ist das für eine Liste?« Die kleine Dame hielt ihr das Buch hin. »Tschakka und ich machen einen Wettbewerb. Wer die meisten Ameisen hört, nun ja, Grashüpfer und Käfer, zählen selbstverplempelig auch.« »Ameisen kann man doch nicht hören«, widersprach Lilly. »Vielleicht nicht mit untrelierten Ohren«, räumte die kleine Dame ein, »aber mit ein bisschen Trelierung hörst du schon bald deine erste Ameise. Schließlich hat sie sechs Füße.« Mit diesen Worten presste die kleine Dame das eine Ohr wieder fest an den Boden, in das andere steckte sie ihren Zeigefinger. »Komm, wir trelieren zusammen«, Lilly zupfte einen Grashalm ab und steckte ihn in den Mund. »Wahrscheinlich fahren wir gar nicht nach Schweden.« »Hast du etwas gesagt?«, fragte die kleine Dame. »Wir fahren vielleicht gar nicht nach Schweden«, wiederholte Lilly lauter. Die kleine Dame zog sich mit einem Plopp den Finger aus dem Ohr. »Ihr geht nicht auf Salafari?« Lilly schnitt eine Grimasse. »Frau Schnachsel hat sich den Arm gebrochen und jetzt meint Mama, dass wir nicht fahren können.« Die kleine Dame stemmte die Hände in die Seiten. »Schnicki, schnacki, nur wegen eines kleinen Armbruchs. Weiß sie denn nicht, dass unsere Salafari geplant ist und unsere Sinne trailliert sind?« Lilly nickte heftig. »Mama sagt, sie kann Frau Schnachsel nicht allein lassen.« Die kleine Dame klopfte mit dem Stift auf ihr Notizbuch. »Und was wäre, wenn wir ohne deine Mama waren?« Daran hatte Lilly auch schon gedacht. »Das ginge schon, aber Papa möchte Mama nicht allein lassen. Und außerdem kommt doch Jakob mit und da brauchen wir mindestens eine Mama.« »Uiuiui«, sagte die kleine Dame und machte ein nachdenkliches Gesicht. »Einerseits brauchen wir auf der Salafari eine Mama und andererseits eine Hilfe für die Backstube. Das ist aber wirklich verzwickt.« »Sagt Mama auch?«, seufzte Lilly und überlegte weiter. Plötzlich fiel ihr etwas ein. »Aber wir könnten Jakobs Mama fragen. Die bleibt doch sowieso zu Hause.« »Passt die nicht auf Jakobs Oma auf?«, fragte die kleine Dame. »Na und?«, Lilly zuckte die Schultern. »Jakobs Oma kann es sich doch vorne in der Backstube bequem machen und seine Mama hilft hinten.« »Und was geschieht, wenn die Oma einen kleinen Spaziergang in die Backstube machen möchte und dabei die Butter mit der Seife verwechselt?«, fragte die kleine Dame. »Dann gibt es Seifenplätzchen«, grinste Lilly. Aber sie musste zugeben, dass es wohl doch besser war, wenn Jakobs Mama nicht in der Backstube auf die Oma aufpasste. »Wir bräuchten jemanden, der Zucker und Salz unterscheiden kann«, sagte die kleine Dame. »Jemanden, der starke Arme hat, um einen Teig zu rühren«, fügte Lilly hinzu. »Jemanden, der am Ende des Tages alle Krümel zusammenfegt«, sagte die kleine Dame mit blitzenden Augen. Im ganzen Brezelhaus kannte Lilly nur einen Krümelfeger. »Du meinst doch nicht die Leberwurst?« Natürlich wusste Lilly, dass Herr Leberwurst sich seit der Geschichte mit den Weihnachtsplätzchen verändert hatte. Und sie würde sein allererstes schiefes Leberwurstlächeln nie vergessen. Aber trotzdem wäre sie im Leben nicht auf die Idee gekommen, ausgerechnet die Leberwurst um Hilfe zu bitten. Die kleine Dame jedoch war fest entschlossen. Nachdem sie die Picknickdecke, die Teekanne und die Kekse gemeinsam aufgeräumt hatten, machten sie sich auf den Weg. Der Hausmeister saß noch immer auf dem Stuhl vor dem Brezelhaus. Die Sonne hatte ihn müde gemacht und so war er während seiner Stuhlwache in einen tiefen Schlummer gefallen. Schnurstracks ging die kleine Dame auf den Hausmeister zu. Lilly folgte ihr zögernd. Als sie direkt vor ihm standen, stieß die kleine Dame mit ihrem Schirm einmal auf den Boden. Lilly hörte ein helles Pling und mit einem Mal verstummten alle Geräusche. Das Gurren der Tauben, das Rascheln in den Baumkronen, ja sogar das Knattern der Autos. Die plötzliche Stille weckte Herrn Leberwurst auf. Blinzelnd sah er sich um. »Die Schnur«, grunste er, »wo ist die Schnur?« Wankend kam der Hausmeister auf die Beine und zeigte auf den hellblauen Kombi. »Der, der, der muss die Schnur gestohlen haben«, empörte er sich. »Aber das ist doch Papas Auto«, sagte Lilly. Herr Leberwurst kniff die Augen zusammen und musterte sie finster. »Ach was, ich dachte, dein Vater fährt Fahrrad.« Lilly wich einen Schritt zurück. »Den Wagen hat er für unseren Urlaub geliehen, und er wollte den Parkplatz vor dem Brezelhaus freihalten, damit wir morgen leichter packen können.« »Wollte diese Göre ihn verdumm verkaufen?« Herr Leberwurst schnaufte. »Papalabap, hier liegt ein Schnurraub vor, am hellesten Tag.« »Guter Hausmeister«, lächelte die kleine Dame, »seien Sie aufrichtig versichert, dass die Ordnung hier wie am Schnürchen läuft.« »Von wem?«, blaffte die Leberwurst. Die kleine Dame blickte ihm fest in die Augen. »Hochverehrter Hausmeister des Brezelhauses, unsere Salafari ist in Gefahr.« Herr Leberwurst kniff die Augen zusammen. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, was eine Salafari war, aber wenn im Brezelhaus etwas in Gefahr war, konnte er als zuständiger Hausmeister nicht untätig bleiben. »Welche Gefahr?«, fragte er näselnd. Die kleine Dame winkte ihn zu sich runter. »Unsere Salafari«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Nur so ein Aus... das große Packen.« Lilly legte die Sachen, die sie auf die Reise mitnehmen wollte, auf einen Stapel. Drei T-Shirts, zwei Kapuzenpullover, eine kurze und eine lange Hose, ein Kleid, Unterwäsche, Badesachen und ihre Umhängetasche mit der Kamera. »Geschafft«, sagte sie und schaute zu Karlchen, die bewegungslos vor ihrer Kommode hockte. »Du sollst dir auch Sachen raussuchen.« Da angelte sich Karlchen in Zeitlupe ihren Sternchen-Bikini und die Badelatschen aus der Kommode und schob die Schublade wieder zu. »Wer passt nicht in den Koffer?« »Wie?«, flaumte Lilly sie an. »Wir sollen richtig packen.« »Und wo packe ich dann meine Geschenke rein?«, fragte Karlchen wieder borstig. Lilly nahm ihre Umhängetasche und stand auf. »Das besprichst du besser mit Mama«, sagte sie und ging hinaus. Im Flur zwischen dem Gepäck standen Mama und Papa. »Das ist wirklich ein Wunder«, lächelte Frau Bär. »Dass ausgerechnet Herr Leberwurst einmal in der Backstube aushelfen würde, hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen.« Herr Bär schüttelte den Kopf. »Aber was er von seiner Hausmeister-Ehre gefaselt hat, habe ich nicht verstanden.« Lilly kam in den Flur. »Mama, wo sollen wir unsere Sachen einpacken?« »In den Koffer«, sagte Mama und schob ihr den Koffer zu. »In die Radtasche«, sagte Papa und stellte seine Radtasche darauf. Lilly sah von einem zum anderen. »Koffer oder Tasche?« »Natürlich Koffer. Da passt viel mehr rein«, antwortete Mama. »Und wie willst du den Koffer auf dem Fahrrad befestigen?«, fragte Papa. »Das funktioniert nicht.« »Da ich nicht vorhabe, in diesem Urlaub Rad zu fahren, kann ich wohl getrost den Koffer nehmen. Entgegnete Mama.« Papa zog die Schwedenkarte hervor. »Die Etappen sind wirklich nicht schwer, schon wegen der Mädchen nicht.« Mama nickte geduldig und trug den Koffer ins Kinderzimmer. »Du kannst mit den Mädchen gern radeln. Ich lege mich in den Liegestuhl vor unser Ferienhaus und lasse die Seele baumeln.« »Ähm, welches Ferienhaus?«, Herr Bär räusperte sich. »Wir haben kein Haus.« Mama ließ den Koffer sinken. »Kein Haus?«, ihre Stimme schwankte. »Du, du hast kein Ferienhaus gebucht?« Papa friemelte an der Kartenhülle. »Wozu? Wir machen eine große Radtour mit Zelt und kleiner Dame.« »Das wird bestimmt total super!«, sprang Lilly ihrem Vater bei. Doch davon schien Mama keineswegs überzeugt zu sein. Sie fasste nach dem Koffer. »Ich helfe Katjen jetzt beim Packen. Und du kümmerst dich um das hübsche, rote Ferienhaus, so wie wir es besprochen haben.« Papa fuhr sich durchs Haar. »Aber wir wollten doch eine Abenteuerreise machen.« Mama verschwand im Kinderzimmer. »Ich will ein Haus!«, hörte Lilly noch, bevor sie aus der Wohnung schlich. Mama und Papa hatten vielleicht Probleme. Nun hatten sie eine Hilfe für Frau Schnachsel gefunden, und statt sich zu freuen, stritten sie, ob sie mit Zelt oder Haus verreisen wollten. Lilly hatte gar nicht gewusst, dass Urlaub für Erwachsene eine so komplizierte Sache war. Da lief sie lieber in den Hof zur kleinen Dame. Die wusste bestimmt, was sie für die Salafari packen musste. Und so war es auch. Als Lilly das Zelt der kleinen Dame erreichte, verstaute diese gerade ihre silberne Laterne in der Reisekiste. Lilly kannte diese Laterne. Wer sich in ihren Lichtschein setzte, konnte die Sprache der Tiere verstehen und sprechen. Klar, dass sie diese Laterne mit auf Salafari nehmen mussten. »Lil Nesli«, rief die kleine Dame, »setten es ihr finnes färtenestig?« Lilly krauste die Stirn. Was war das wieder für eine Sprache? Durch die kleine Dame hatte Lilly schon einige neue Sprachen kennengelernt. Vorwärtsisch, rückwärtsisch, spektralzisch. Aber diese Sprache klang wieder ganz anders. Lilly sah Hilfe suchen zu Tschakka, der auf dem Rand der Kiste balancierte. »Äh, ist das Schwedisch?« Noch ehe das Chamäleon seine Antwort mit der Zunge in die Luft schreiben konnte, wandte sich die kleine Dame an ihn. »Chucknesse, chostnes, nochnes malnes inmes zeltnes, obnes viennes etnes vergennes gessene, herbedesene?« Mit einem Blinzeln zu Lilly kletterte Tschakka die Kiste hinunter und verschwand im Zelt. »Hah, Nesben«, wiederholte Lilly leise das Wort und versuchte, seinen Sinn zu ergründen. Da bemerkte die kleine Dame erst, dass Lilly sie nicht verstand. »Dunas sprichtne es doch nes-salafatisch?«, fragte sie. »Salafatisch?«, Lilly schüttelte heftig den Kopf. »Nicht?«, wunderte sich die kleine Dame. Sie griff in ihre Reisekiste, holte ein kleines braunes Buch hervor und blätterte darin. »Hier, in diesem Salafari-Bericht, das ehrenwerten Rudolfo von Borstenfels steht«, ich zitiere. »Aber unter allen Sprachen ist das Salafatische diejenige, die von den meisten Völkern verstanden wird und sich deshalb vorzüglich zur Verständigung rund um den Erdball eignet.« Lilly fummelte an dem Verschluss ihrer Tasche. »Tja«, sagte sie, »wir sind noch nicht so oft verreist, schon gar nicht rund um den Erdball, vielleicht liegt es daran.« Die kleine Dame verstaute das Buch wieder. »Das macht gar nichts«, sagte sie, »Salafatisch ist ganz einfach, das können sogar große Leute lernen.« »Echt?«, fragte Lilly. Die kleine Dame klappte den Deckel ihrer Reisekiste zu und setzte sich darauf. »Ich zeig's dir«, sagte sie fröhlich und klopfte neben sich auf die Kiste. »Salafatisch ist eine Sprache, die sich selbst übersetzt«, erklärte die kleine Dame. »Damit das fungiert, brauchst du nur die Übersetzungssilbe »Ness« an dein Wort anzuhängen und schon kann dich jeder verstehen.« »Du meinst zum Beispiel »Du, Ness«?«, versuchte es Lilly. Die kleine Dame nickte begeistert. »Ja, Ness«. »Ich ness, sie ness, wir ness«, übte Lilly gleich weiter. »Ich ness, sprech ness, Salafatisch«. Die kleine Dame hob die Hand. »Achtung, bei mehrsilbigen Worten kommt das Ness immer hinter die erste Silbe«, Lilly überlegte kurz. »Ich ness, sprech ness, Salafatisch«? »Braneswo«, klatschte die kleine Dame. Lilly lachte. »Ich glaub, ich muss noch übnessen«. In diesem Moment kam ein seltsames weißes Knäuel aus dem Zelt. Lilly fand, dass es aussah wie ein kleines Gespenst. Die kleine Dame hüpfte von der Kiste. »Oh nein, das hätte ich bei Ferne vergessen«, rief sie erschrocken und hob das weiße Tuch hoch. Darunter kam Tschakka zum Vorschein. »Gut, dass du daran gedacht hast«, lobte die kleine Dame ihr Chamäleon. Lilly half ihr, den Stoff zusammenzulegen. »Ist das ein Sonnensegel?«, fragte sie verwundert. Denn, soweit Lilly wusste, gehörte Schweden nicht zu den Ländern, in denen man ein Sonnensegel brauchte. »Keines Pfads, keines Pfads«, die kleine Dame öffnete ihre Reisekiste noch einmal und legte das weiße Tuch hinein. »Das ist ein Schutz gegen die gefährlichsten und wildesten Tiere Skandinaviens«, Lilly befühlte den Stoff. »Ist es ein Umhang zum Unsichtbarmachen?« »Wozu soll ich mich bitte unsichtbar machen?«, fragte die kleine Dame erstaunt. »Chameleonisieren ist doch viel eleganter«, die kleine Dame sah Lilly prüfend an. »Weißt du nicht, welche die gefährlichsten Tiere Skandinaviens sind?« »Fähren«, tippte Lilly. »Viel gefährlicher.« »Hölfe«, Lilly wusste, dass es zumindest in Nordschweden welche gab, und es konnte ja durchaus passieren, dass sich einer bis nach Südschweden verlief. »Viel, viel gefährlicher.« Der Aufbruch Es war früh am Morgen. Die Sonne lugte eben über die Dächer und schien auf den hellblauen Kombi, der vor dem Brezelhaus parkte. Die Vordertüren und Hintertüren standen offen, und die Kofferraumklappe war hochgeklappt. »Wo soll ich Bella und Tinti hin tun?«, fragte Karlchen von der Rückbank. »Auf deinen Sitz«, sagte Herr Bär mit einem wehmütigen Blick auf das leere Wagendach. Die Räder hatte er noch am Vorabend abmontiert und in den Keller gebracht. »Aber da liegt schon mein Rucksack«, antwortete Karlchen. »Dann leg ihn auf den Boden«, sagte Herr Bär. »Geht nicht, da steht die Kühltasche«, Herr Bär schloss kurz die Augen. »Dann bleiben Sie zu Hause«, Karlchen quietschte entsetzt auf. »Papa, wir können Bella und Tinti doch nicht allein zurücklassen.« In diesem Moment kamen Frau Bär und Lilly aus dem Haus. »Ich kann die Karte nicht finden«, rief Frau Bär und stellte ihre große Provianttasche vorne vor ihren Sitz. »Ist die nicht in der Ablage?«, fragte Herr Bär. Frau Bär tastete in dem Fach über den Vordersitzen. »Nein«, von hinten kam ein Rascheln. Lilly ging um den Wagen herum zum Kofferraum. Weil auf der Rückbank nur drei Plätze waren, hatte Herr Bär auch die Notsitze montiert. Und hier, zwischen Schlafsäcken und Reisekiste, zwischen runden und eckigen Behältern, saß die kleine Dame und studierte die Karte. »Hültbrück, Schöpshült, Gislawett«, murmelte sie leise. »Wie viel Gepäck die kleine Dame dabei hat«, wunderte sich Lilly. »Sie fuhren doch nur für zwei Wochen nach Schweden. Merkwürdig. Aber die kleine Dame sagte ja immer, dass man für eine Salafari gut gerüstet sein musste.« »Die Karte ist hier, Mama«, rief Lilly ihrer Mutter zu und warf ihren Wanderrucksack in den Kofferraum. »Guten Morgen, kleine Dame.« »Guten Essen, Mornessen, Lil Nessli«, die kleine Dame tippte wieder auf die Karte. »Hier ist unser Haus.« »Unser Haus?«, fragte Lilly. »Ja, die kleine Dame hat für uns ein Haus gefunden«, rief Mama von vorne. »Ich gehe noch mal rein und hole den Schlüssel für Herrn Leberwurst«, sie sah auf ihre Uhr. »Er müsste gleich kommen«, sagte Karlchen. »Was ist das für ein Haus?«, fragte Lilly neugierig. Sie wusste doch, dass Papa noch den ganzen Abend lang telefoniert hatte, ohne Erfolg. Und nun hatte die kleine Dame ein Ferienhaus gefunden. »Liegt es an einem See?« »Es kann an einem See liegen«, nickte die kleine Dame. »Oh, supi, dann können wir ja heute noch baden gehen«, jubelte Lilly. »Es kann auch an einem Feld liegen«, fuhr die kleine Dame fort und faltete die Karte zusammen. »Oder an einem Wald? Ganz wie wir wollen.« Lilly beugte sich zur kleinen Dame und flüsterte, damit Mama und Papa nichts hören konnten. »Meinst du vielleicht doch ein Hauszelt?«, die kleine Dame kletterte aus dem Kofferraum. »Es ist ein richtiges Haus mit einem Dach, vier Wänden, drei hübschen Fenstern und zwei Türen und heute Nachmittag holen wir es ab.« »Abholen? Wie konnte man denn ein Haus abholen?«, fragte Lilly sich. Aber da ging die Tür des Brezelhauses wieder auf und Frau Bär erschien mit Herrn Leberwurst. »Es ist so nett von Ihnen, uns zu helfen«, bedankte sie sich zum tausendsten Mal. Herr Leberwurst wackelte mit der Nase. »Hausmeister Ehrensache«, brummelte er. Mama gab ihm ein blaues Heft. »Und bitte denken Sie daran, Frau Schnachsel die Rezepte zu geben. Ich habe alles genau notiert.« Herr Leberwurst steckte das Heft in seine Kitteltasche. »Wenn Sie zurückkommen, werden Sie in der Backstube nicht das kleinste Krümelchen entdecken.« Die kleine Dame setzte sich auf die Kante der Kofferraumklappe und schlenkerte mit den beiden. »Wo bleibt denn dein Freund?«, fragte sie Karlchen. Herr Bär warf einen Blick auf seine Uhr. »Kurz nach sieben eigentlich müsste er schon da sein.« »Hoffentlich ist nie wieder seine Oma verschwunden«, sagte Karlchen. »Letztes Mal hat die Suche drei Tage gedauert.« »So lange warten wir aber nicht«, sagte Lilly bestimmt. Die kleine Dame ließ Tschakka in das Oberteil ihres Schirms klettern. »Nicht, dass unser Haus am Ende ohne uns losfährt.« Wieder fragte Lilly sich, was das wohl für ein Haus sein konnte. Da bog ein silbernes Auto in die Straße und hielt direkt hinter dem himmelblauen Kombi. »Jakob!«, rief Karlchen und hopste aus dem Auto. Vorne stieg Jakobs Vater aus. Herr und Frau Bär begrüßten ihn. Karlchen, Lilly und die kleine Dame umringten Jakob, der ein glänzendes Fernglas vor der Brust trug. »Habe ich für die Reise bekommen«, sagte er, »damit sehe ich jeden Elch.« Denn Jakob wusste, dass es in Schweden an jeder Ecke Elche gab. Karlchen zog ihre Trillerpfeife aus der Hosentasche. »Meine Notpfeife, falls wir uns verirren.« Lilly holte ihre Kamera aus der Umhängetasche. »Ich mach die Bilder.« Die kleine Dame spannte ihren Schirm auf und kameleonisierte vom Fleck weg so himmelblau wie der alte Kombi. »Und falls wir uns auf der Salafari manchmal tarnen müssen, kommt ihr alle unter meinen Schirm.« Lilly, Karlchen und Jakob probierten es sofort aus. Wenn sie sich ganz dicht zusammenstellten, passten sie zu viert gerade darunter. »Wo sind denn die Kinder?«, fragte Herr Bär und sah sich suchend um. »Die sind bestimmt noch mal zur Toilette gegangen«, vermutete Frau Bär. Aber Herr Leberwurst schüttelte den Kopf. »An mir ist keiner vorbeigelaufen.« »Eins, zwei, drei«, zählte die kleine Dame und mit einem ausgelassenen »Buh« sprangen die Kinder unter dem Schirm hervor. »Wo, wo, wo kommt ihr denn her?«, staunte Jakobs Vater. Er konnte schließlich nicht wissen, dass die kleine Gestalt, die gerade sorgfältig ihren Schirm zusammenklappte, die beste Kameleoniseurin der Welt war. »Oh, wir haben uns nur ein bisschen versteckt«, rief Lilly ihm zu. »Alles einsteigen«, sagte er.